damit seid recht herzlich willkommen so das war eben kurz etwas sound runter schrauben ja wo habe ich denn so ah ja auch danke so gut was herzlich willkommen hier auf meinem kanal holy shit und es ist unglaublich lange her dass ihr immer hier wieder ein video sehen werdet und ich bin echt am überlegen ob wir hier diesen kanal etwas reaktivieren lassen das heißt stream highlights hochladen wir werden koch videos hochladen wir machen ja mittlerweile schon koch streams falls ihr sowas sehen wollt schaut einfach mal auf meinen twitch kanal vorbei link dazu ist unten in der video beschreibung es hat sich in den letzten jahren so viel verändert ich habe glaube ich dieses jahr ein video mal hochgeladen habe ich irgendwie muffins gebacken und die letzten videos kamen dann vor zwei jahren und der kanal ist einfach ausgestorben es ist nicht schlimm weil ich habe gesagt ich fokussiere mich auf stream was mir mehr spaß macht gerade was mein job angeht aber ich habe auch ganz klar gesagt wir könnten mal wieder auf youtube irgendwas machen und ein aspekt ist aktuell bis wir unsere neue prozessor bis wir unseren neuen prozessor schritt bekommen dass wir hier auf youtube euch einfach ein bisschen content von cyberpunk 20 77 hochladen werden ein unglaublich gutes game es macht unglaublich viel spaß wir haben etwa 23 spielstunden und ja ich wollte das ganze mal mit euch jetzt hier gemütlich zocken so ein halbes stündchen und dann warte ich gerne auf euer feedback ich gebe dem ganzen noch schönen clickbait titel natürlich nicht wo auch wenn wir es machen könnten wir sollen claire besuchen genau sie hat nämlich ein auftrag mit einem rennen auf uns das game ist ziemlich laut noch oder ich glaube so overall ist das game noch ziemlich laut und lautstärke mal auf 55 ich glaube das ist voll in ordnung ja schon viel entspannter und ihr könnt ja mal gerne in die kommentare schreiben ob ihr aktuell cyberpunk 20 77 selber zockt und wie ihr es findet auch jetzt habe ich die ausfahrt verpasst ist nicht schlimm können die nächste nehmen gut das hat so ein bisschen dieses gta feeling was autofahren angeht und ich sollte vielleicht diesen rack button hier oben entfernen so dann ist die minimap auch frei dann könnt ihr da auch noch ein bisschen was sehen und ich glaube die webcam ist ganz gut positioniert ja genau mal so privat fragen zu der performance wie findet ihr das game generell in settings dialogen und performance also meine meinung dazu ist was das game setting angeht ist unglaublich gut geworden die details sind so krass also ich habe ich glaube eine stunde angespielt auf ultra da hat mein pc überhaupt keine probleme mit leider ist das problem sobald ich dann obs starte und stream ist vorbei da ist die cpu einfach weil sie vier jahre alt ist komplett überfordert sie läuft heiß und dementsprechend geht da halt nur unterer mit graphic bereich und ja das war es halt und dialoge finde ich unglaublich gut sie sind witzig sie sind unterhaltsam story technisch was ich bisher sehen konnte ist es unglaublich schön ganz anders leider dazu die performance das game wurde sowas von schlecht gecoded und das müssen wir einfach ansprechen an dieser stelle es ist unglaublich schlecht gecoded die mindest anforderungen in dem game sind glaube ich eine 780 das ist totaler käse legt funktion was denn hier los johnny okay wir können jetzt erstmal natürlich anquatschen als wie aber ich will mal gucken ob wir was suchen können also noch mal die performance ist unglaublich schlecht und das ist echt traurig ich kann nur sie anquatschen okay und ich hoffe einfach auch für die community dass dort etwas passieren wird es gab ja schon eine vier gigabyte patch um so ein bisschen die performance ins in den mittleren bereich zu knallen aber es hat einfach nicht geholfen sind wir alle ehrlich die meisten stream das game oder möchten es gerne stream aber können es einfach nicht erstens wir müssen das game im fenstermodus aufnehmen als kodierte fenster aufnahme noch nichtmals als game capture sondern wir müssen halt window capture aufnehmen über obs und wir müssen dann windows graphics starten als aufnahmemethode und das ist das sollte in einem zehn jahre lang entwickelten spiel niemals stattfinden falls natürlich da irgendwelche anderen informationen oder ich mich da so ein bisschen fast will könnt ihr das gerne natürlich in die kommentare schreiben würde mich wahnsinnig freuen vielleicht habt ihr da andere infos zu aber meines wissens wurde es halt zehn jahre entwickelt oder das ist neuneinhalb jahre gewesen sein dazu muss man leider sagen in den zehn jahren hat sich halt viel geändert engines haben sich gerne grafikeinstellungen haben sich geändert codierungen haben sich gerne die programme haben sich vor zehn jahren gab es keine ob es oder ich glaube nicht oder ob es vielleicht ob es 1.1 oder so aber nicht dass ich wusste ja gab es noch freps und so da haben wir alle wie bescheuert mit freps aufgenommen und hatten 200 groß 200 gigabyte große dateien bei 30 minuten so so war damals und deshalb also natürlich gibt es viele neue codierungsmöglichkeiten ob wir jetzt x 264 nehmen oder x 264 nvidia new ja das sind alles andere coder also encoder für games und auch für grafikeinstellungen wir können heutzutage können wir mit grafikkarte streamen oder wir können halt mit unserer cpu stream aber das game können wir einfach nicht oder wenn eine normale gaming cpus nicht streamen solo weil das game hat eine standard auslastung zwischen im mittleren bis high grafik bereich je nach grafikkarte die wir haben bei 60 bis 80 prozent und das ist so und obs braucht im stream auch seine 20 ungefähr sondern haben wir natürlich noch und schon sind wir bei 100 ich rede wie gesagt mainstream prozessoren ja also 4970 k oder 6700 k wie ich aktuell besitze wir werden jetzt auf rüsten offen die 7 9700 k ich bin da aber auch noch einmal überlegen ob wir gewissermaßen eventuell auf einen 9900 k aufrüsten im großen und ganzen gibt es keine extrem großen performance unterschiede wie gesagt keine großen preisunterschied sind 50 euro und große unterschiede außer dass die neuen prozessoren absolutätsköpfe sind aber dann natürlich auch gute wasser kühlungen existieren für alleine die corsair h 110 pro die ist ziemlich sick die hat 240 mm radiator ist ein tolles teil und hat eine unglaublich tolle rgb beleuchtung ist einfach geil aber abwarten tee trinken das werden wir alles im frühen jahr machen zu mir für die leute die mich noch kennen wie gesagt ich bin immer noch koch aktuell durch die kovid situation ein bisschen betroffen von kurzarbeit und job change in diesem jahr war sehr viel habe aber mittlerweile es geschafft vom koch zum küchenchef also küchendirektor und fmb manager mich hochzuarbeiten da bin ich echt froh drüber es wird auch wenn jetzt wieder die restaurants öffnen dürfen wieder losgehen ab mitte januar anfang februar wir hoffen natürlich das ist schon mitte januar aktuell benutze ich bin ich in der systemgastronomie als sprung weit einfach um das halt trotzdem gehalt reinkommt andere arbeiten gar nicht aktuell lassen sich von 100 kursarbeit finanzieren oder haben halt arbeitslosengeld 1 an beantragt das finde ich ist so eine sache die muss jeder für sich selbst entscheiden ich bin jemand der keine lücke im lebenslauf haben möchte da bin ich ein bisschen zielstrebig und ja seit gewiss drei monaten lebe ich wieder alleine ich glaube das letzte video auf youtube da gab es noch vorletzte video dann dürftet ihr noch background gehabt haben und ja das war es dazu eigentlich jetzt würde ich sagen fokussieren wir uns mal aufs game aus gameplay weil sie ja bisschen geschaut hat so nette kutsche nicht wirklich oder was ist das denn da ich finde die stimme erinnert mich an irgendjemand aber ich kann sie nicht interpretieren irgendwie ist im kühlschrank wenn du willst danke also warum bin ich hier sie ich brauche nicht fahre dich zum beispiel irgendein anime oder so jürgen ein anime ich könnte mir echt vorstellen dass sie was ist das für ein renn irgendwelche regeln nicht viele man fährt zu zweit und schütze und was bist du schützenkönigin oder fahrschulabbrecher hier motor tunerin ist mein ding außerdem schieße ich gut fahre aber keine rallye wie gesagt wir streamen täglich auf twitch etwa morgens oder abends manchmal auch zweimal am tag morgens und abends also könnt gerne mal vorbeischauen da könnt ihr mich gerne supporten youtube ist natürlich immer so eine sache weil sie natürlich auf youtube sein wollt ab in die comments bin ich dafür so er nicht mein ding du hast ein fahrer okay es sind vier rennen das erste im stadtzentrum danach kommt eins in den badlands dann santo und das letzte in watson watson ist geil was springt dabei für uns raus die ersten kriegen geld wenn wir gewinnen teilen wir 50 50 ok ab jetzt schon jetzt haben wir gerade 54 prozent auslastung treffen wir uns im stadtzentrum ich schicke dir alles wenn du übertunte motoren heulen hörst bist du richtig wir sehen uns dort ja das sind so sachen auch wo ich mir danke du bist in dialogen und du hast irgendwelche npcs wo die fokus auf dich haben und die labern dich einfach voll weil sie einfach komplett lost sind und das hätte man vielleicht auch etwas besser machen können ich glaube du solltest vielleicht noch ein ründchen schlafen ich will ja nicht zu nahe treten das schöne ist an dem spiel ihr könnt überall looten also ihr könnt sehr sehr viel aktivieren jetzt vielleicht nicht hier gerade an der toilette aber im großen und ganzen habt ihr hier überall möglichkeiten irgendwas euch zu holen weil zu finden mag ich ja hier ist nicht zum beispiel hier war sogar wieder was war was genau weil zwei ist unser scanner eins ist ja unser scanner neuer splitter so ich komme nicht hoch ich wollte den jungs jetzt eigentlich auf die nase hauen aber gut okay warte bis klar okay wir müssen jetzt erstmal einen tag überleben oder was stehe ich das jetzt richtig dann hätte ich ja zeit für eine andere mission dann gehen wir mal auf den journal und dann schauen wir uns das noch mal an naja komm das machen wir doch mal super war schon richtig zwei kilometer wo ist das denn in spanien als ob ein mal am ende der stadt jo ich habe mich gerade voll erschrocken dachte ich sterbe jetzt ich würde sagen mit den driftskills würde ich sagen gewinne ich jedes rennen wir werden auch nur roh uploads machen das heißt ich werde die vollen dateien einfach so wie ich sie jetzt aufnehme hochladen nicht schneiden kein ja solange und ja das war ganz schön knapp ja kurz schwitzige dusen bekommen also wir werden die videos auch komplett hochladen einfach so wie sie sind ungeschnitten ungekattet einfach ab in die luci und wenn ich merke natürlich dass dementsprechend wieder ich kann nicht fahren tut mir leid wenn ich natürlich merke dass es relativ gut wieder ankommt oder vielleicht hier einfach oder ich einfach generell sage jo ich habe bock auf weitere sachen wieder auf youtube hochzuladen dann werde ich sie auch wieder schneiden cutten mir vielleicht ein intro überlegen also oder ein altes intro benutzen wie auch immer und dann haben wir es alter meine lenkung ist gerade ein bisschen nach aber ihr merkt schon vom quatschen bin ich halt eher so der streamer typ weil ich halt durchgehend irgendwas brabbel oh das war aber oi 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 na gut schieben kann man ja ab und an mal ist ja jetzt nicht verkehrt so die Reifen und Lenkung ist jetzt schon so ein bisschen angeknackst wo war das ein dollar mein fahrzeug wir leben noch alles gut alles entspannt schön dass sie sich zeit genommen haben ich glaube dein geiler schuppen ist heute eine schmierige fressbude herrnloser kapitalismus wie er leibt und lebt man kann nicht immer gewinnen deshalb sollte man gefallene krieger ruhen lassen unglaublich guter schauspieler den sie da gemocht und captchert haben und dann sehen wir alles wofür sie gekämpft haben vor die hunde geht bin so weit du auch? sag mal weißt du was über bootlegs von damals aus dem rainbow cadenza zum beispiel von samurai? samurai samurai ha dieser roter platzer ja die alten knacker kenne sogar ich manchmal kommt hier rein ziemlich alter kerl im samurai shot rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten fans du weißt nicht zufällig wo ich ihn finden kann doch in den zwanzigern wo er hängen geblieben ist manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem markt was verkauft er da? bior bären mit sahne was glaubst du wohl? schritt mit alten staubigen tapes von alten schreibigen indie bands sie keine sau mehr kennt bior band nice tschüss tschüss supergut das meinte ich mit dialogen ach komm mal her erdbeeren ja hi ich suche ein paar killer tracks hast du laser pop? oder was von us cracks? ich verkauf keinen scott willst du billigen regenbogen mist? oder den echten scheiß? chill mal chum war nur ein witz laser pop verfickter laser pop und das an meinem stand? hab gehört du verkaufst noch richtige musik was ist für dich denn richtig? ich hab die Cartesian Duelists Eurodyne Scrum Tainted Overlord was von Samurai? soll das ein Scherz sein? never fade away dancing with my axe chipping in ich hab sie alle Silverhand war der messias des rock'n'roll ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen aber ich muss ja von was leben nice alter du bist wohl Silverhands größter Fan, was? und stolz drauf an den kommt keiner von den Kiddie Rockern ran Silverhand hatte was ganz besonderes in den Fingern was denn? Silver? mh er hatte Feuer echtes Feuer hat der Konzernwelt den Ficker gezeigt und ist für seine ideale gestaubt es stört dich gar nicht, dass er so ne Art Terrorist war blaze way down the rebel path ich brauch was richtiges also zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai Gigs von den ersten Gigs? du hast ja keine Ahnung was du da sagst und dann noch so gelassen keine Ahnung wie du von den Bootlegs gehört hast aber vergiss es die würde ich nie so einem Nachwuchs-Fan in die Hand drücken oha hält's mich für ein Poser, ha? ich weiß alles über Johnny Silverhand dann leg mal los beeindruck' mich ich weiß was er beim letzten Treffen zu Carrie gesagt hat scheiß auf die Bands nicht deine Leute nicht deine Szene mach dein eigenes Ding hm klar ich kann mir auch eine Million Unterhaltungen ausdenken die keiner gehört hat wow ich war öfter hier als das noch das Rainbow Cadenza war ein Bootleg wäre ein schönes Souvenir an die gute alte Zeit Blödsinn du bist zu jung als Samurai hier jammte warst du noch nicht mal ein Zucken in den Kiroshis von deinem Papi aussehen kann täuschen woher weißt du dass ich mein Gesicht nicht aus dem Katalog habe also gut Punk wer weiß es wie endete der dritte Gig von Samurai ach du Scheiße äh Johnny jetzt hilf mir mal aus der Klemmer ich brauch dein geballtes Samurai-Spezialwissen ach der dritte Gig wer könnte den vergessen ich hab die Gitarre angezündet und zertrümmert die Leute sind ausgerastet hallo jemand zu Hause easy Johnny hat seine Gitarre angezündet und zertrümmert falsch wer ist denn so blöd und zertrümmert zu Beginn seiner Karriere seine Gitarre kostet doch viel zu viele Eddies Johnny bitte mach mein Leben nicht noch schwerer es ist so schon schwer und kurz genug mein Gott wie dazu fällt selbst mir nichts geistreiches mehr ein lieber trete ich einen Battler einen Blinden hast du einen Hänger in deiner Software? hatten den dritten Gig im Kadenzer ein kleines Feuer brach aus und ein paar Punks haben ein Bier drüber gekippt dennis Afro hat was abbekommen sie trug wochenlang eine Perücke Tech Haar war unter ihrer Würde Moment jetzt weiß ich wieder es hat gebrannt arme Danny die schönen Haare das hätte ich fast vergessen war das nicht Johnny? er hat eine brennende Kippe ins Publikum geschnippt das ist doch Bullshit die Kippe war von Carrie aber hey irgendwie war Johnny ja immer dran schuld ich kann immer noch nicht glauben dass du da warst aber was soll's nur ein echter Fan kann sowas wissen ich schätze man muss dem Nachwuchs eine Chance geben vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch siehst dir an ja nice den müssen wir kaufen kurzaufnahme ich danke dir nimm das teil und verbreite Silber ins Worte tot die Konzerne man sagt das Leben sei der beste Lehrer hab ich auch mal geglaubt seh ihn dir an mindestens 60 aber lebt immer noch in 2020 er ist dein größter Fan rollt dich das nicht? ich hab den Saka Tower gesprengt aber er steht immer noch was hat's also gebracht die Leute müssen endlich anfangen nach vorne zu blicken in die Zukunft sonst wird sich nie was ändern 60 Jahre irgendwas muss sich verändert haben nja die Zeit weißt du was sich verändert hat? die scheiß Fassade ein neues Interface hier ein neuer Syntho süßer Skop Shake da ein neues Gesicht bei Arasaka aber alles der gleiche alte Mist es gibt Veränderungen auch wenn man sie nicht sofort sehen kann es passiert vielleicht aber wer erinnert sich noch daran dass ein Mensch mehr ist als ein fleischsack voller Implantate ja wunderbar damit haben wir die Mission auch ich muss dazu sagen die ganzen Sidequests sind natürlich alle so ein bisschen wie man es halt kennt aus solchen äh wow alter aus solchen Open World Games ziemlich ja einseitig langweilig lothaft aber hau ab guck mich nochmal an und ich steig aus und er schieß dich oder ich klau dein Auto oder ich klau einfach mal das Auto ach ne da sind zwei Polizisten das lassen wir mal lieber aber in Cyberpunk muss ich ganz ehrlich sagen ich finde es unglaublich gut wie ich bereits am Anfang der Aufnahme schon gesagt habe die Dialoge sind total top die Story, die Sidequests die sind unglaublich ja liebevoll gestaltet kann man schon sagen also es ist wirklich ein Meisterwerk was an Möglichkeiten existiert und wie man sich Gedanken gemacht hat den Antagonisten also Johnny in dem Fall immer mehr ins Game einzubinden und das über Nebenquests und das ist auf jeden Fall seine Lorbeeren wert so für den Dynamo Taxi Dallaman 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 ja ok ist ok ich glaube sie ruf mich nicht an aber wir könnten zu wir könnten 15.000 abgeben zur Information wir haben es heute wir haben es heute den 18.12.2020 1.53 am so in der Nacht nur dass man einfach mal so einen Plan hat wann ich die Aufnahme gemacht habe wann sie hochgeladen wurde seit wann kann man Blumenkübel nicht bewegen na gut warum springt sie dann links warum sag mir why ich hoffe ich muss nicht mit meinem eigenen Auto fahren weil das hat schon so steht der denn da auf der Straße ist er betrunken vielleicht mal schauen ich kann nicht mehr lenken die letzte Deutsche war noch nichtmals geplant aber ist ok aber ich fahre nach Verkehrsregeln also ziemlich so jetzt muss ich mal eben schauen ungefähr kenne ich ja mittlerweile die Stadt was ist denn das hier ihr fahrt auf der falschen Straßenseite ich glaube ich fuhr auf der falschen Straßenseite ich wollte ein Auto was ein bisschen mehr Panzerung hat damit ich mir nicht jetzt nochmal so ein Fauxpas erlaube es ist das französischer Kreisverkehr in Paris der hat übrigens sieben Spurrecht in Paris äh größten äh Kreisverkehre ich glaube Europas oder der Welt sogar ich glaube Europas ich glaube es gibt noch einen größeren ah hier muss ich raus genau genau aus dem Grund habe ich für ein größeres Auto geholt so jetzt wollen wir mal eben kurz auf Karte gucken sonst weiß ich nicht mehr wo ich hin muss äh wo sind wir jetzt ich fahr nicht hin ich fahr nicht hin ich fahr nicht hin ich fahr nicht hin aber richtig so nächste muss ich runter musste die Ausfahrt halt erwischen ja so jetzt einmal links lang danke für das gerade rücken Niesen. Auch gut. So. Warum gibt es eigentlich keine Hotkey? Yo. Richtiges Schiffshorn. Ist doch keine Hupe mehr, oder? Ist das hier? Das sind Schnellreisebahnhöfe, ne? Muss ich da hoch rein? Wie auch immer. Ich bleib hoch, oder? Was ist das hier? Ah. Verstehe. Ich bin ein bisschen verlaufen. Zack. Sprich mich nicht an. Sein Gesicht ist total knautschig und seine Augen sehen so aus, als ob sie gleich rausfallen. Igitt. So sehen Hunde doch nicht aus, oder? Vielleicht ist er nicht Hüse. Sollte dich doch nicht ansprechen, warum antwortest du mir dann? Menschen machen keinen Sinn. Ihr natürlich schon. So. 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 Wo wird mich da verarschen, oder? Wo wird mich da komplett verarschen, oder? Wo wird mich da komplett verarschen, oder? Kuckuck. Es ist einer von diesen Spezialviechern, ey. Oh no. Habt ihr gesehen? Keine Chance. Das war einer von diesen Elite-Kämpfern. Ich habe gerade mit einem, also mit zwei aufgeladenen Raygun-Schüssen auf seinen Kopf. Und es hat ihm nichts gebracht. Anders jetzt nochmal. Schatten wir das? Ich werde jetzt mit einem Schwert kämpfen. Mit einem Schwert ist es natürlich ein bisschen stärker. So. Alter, was? Okay, Freunde. Ich glaube, das ist einfach zu high. Also das Level von dem. Das muss man so ein bisschen vergleichen mit Tom Clancy's The Division. Da kann man auch nicht in jedem Gebiet schon irgendwas machen. Ich könnte mal eben den Schwierigkeitsgrad dieser Mission mir anschauen. Ja, ich finde ich den dann. Und dann kann ich euch sagen, ob ich das überhaupt schaffe oder nicht. Weil das ist ja jetzt gerade hier, äh, das ist ja gar nicht zu schaffen. Ich kann das auch gerade gar nicht einschätzen. Aber Moment, stopp. Doch, ich kann das, indem ich auf Karte gehe. Hier drauf klicke. Sehr hochgefährlich. Ja, ja. Werd ich nicht schaffen. Also ich versuche es jetzt nochmal mit etwas anderem. Ich habe da nochmal eine Idee, wie es klappen könnte. Ich würde mir nochmal einen Boost reinhauen. Ja, ich würde mir nochmal einen Boost reinhauen. Oha, keine Chance, die blockt einfach. Geht einfach durch meine Verteidigung. Okay. Also, diese Mission können wir dann halt nicht abschließen. Ist aber schön zu wissen, dass wir da in der Position scheitern. Ich würde sagen, aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, alles was wir am Anfang besprochen haben, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich wahnsinnig freuen. Warum ist denn jetzt auf einmal hier ein Obdachlose? Alles klar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ansonsten gerne sehen wir uns auf Twitch. Ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag, Morgen oder eine wunderbare Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video schauen solltet. Lasst einen Daumen nach oben da. Und eventuell lasst ihr sogar ein Abo da. Ich bedanke mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.